Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Bücher für euch frei. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Die Berichterei Schau ist auf dem Unfall aus Spalzern. Danke, danke. 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 Auch ein bisschen zu sehen. Ah! 30! Herbert, du bist die Schichtschracht. Schichtschracht. Ehm, eine kleine Frage. Kannst du malen? Kannst du malen? Weil du kannst nicht singen, du kannst nicht malen. Ja, ich bin sehr schön. Aber ich bin sehr schön. Ich bin sehr schön. Aber man sei nicht immer in den Müll, kann ich schmeißen. Das ist artgerechte Haltung. Das war gut. Und du guckst nicht, was kann. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das war ja Geschäfte, ja, ja. Also, das war nicht so, zum einen richtigen Stichbruch, Thema Müll. Ich hatte also die Jungenfeuer, der taucht vor der Tür, stehen.